ARD Text im Auftrag von Funk 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 Hör! Wir machen das. Komm jetzt! Komm jetzt! Komm jetzt! Ich kann jetzt auch nur mal frei ausnehmen. Das ist für mich stets. Sehr gut. Hör! 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 Oh! Feuer! 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 Mach ich! Mach ich! Ja! Ja! Alter Jungs! Da geht doch was! Los! 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 Also großes Lob bei meiner Mannschaft. In der Tat bei Engelsdorf der starke Gegner, den wir erwartet haben. Haben mit einer relativ jungen Truppe schon eine Spieleidee, die uns deutlich schwer gemacht hat. Fand uns in der ersten Halbzeit aber besser, belohnt mit den zwei Toren. Schlussendlich eine schwierige Entscheidung für den Schiedsrichter bei dem Elfmeterpfiff. Kann man geben, muss ich klar sagen. mit einem Tor zurück. Aus meiner Sicht gewollener Punkt. Ellersdorf. Vielen Dank fürs Zuschauen! Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.